Und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu mit mir von Neuer Gameplays als Hobby. Das hier haben wir beim letzten Teil gelesen, wer dabei war, wer nicht dabei war, guckt euch den vorherigen Teil an. Unter die vorherigen, wie auch immer. Ähm, ja, dann machen wir doch mal einfach weiter. Hier unten sind wir stehen geblieben. Können wir das hier denn jetzt aufmachen? Was ist das denn? Eine Reihe von Studien zu einem unbekannten Symbol. Okay. Okkultismusfortschritt. Okay. Aber immer noch Laie. Aber ich kann die Sachen jetzt... Okay, so aus wie eine Sonne. Ah, hier geht's aber. Mhm. Okay, kann ich so nicht weiter untersuchen. Okay, es geht gut abwärts. Die Spur des Diebes aufnehmen. Na gut, das bleibt mir hier auch anderes übrig. Sieht ja sehr stabil aus hier. Lauf mal etwas langsamer runter. Ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Jetzt geht's sogar noch weiter runter. Of course. Da ist es. Da sind alle hier aus dem Land. Da sind die Größe von dieser Kuh, da müssen sie noch mehr entrungen sein. Die Spur des Gehirn geht weiter. Da müssen wir erst mit den Lauf. Ich werde mich nicht mehr in da aufnehmen. Ich werde noch eine andere Rolle. Wenn möglich, würde ich nicht, meine Uniform zu verurteilen. Okay, okay. Schau mal eine andere Entrance. Ich versuche meine Glück unten. Ha, ha, ha. Vielleicht wäre das ein Symbol für den Beschwerungskreis gewesen, was noch gefehlt hätte oder so. Nehmen Sie in die Haupthöhle begeben. Wo ist jetzt die Haupthöhle? Hier geradeaus oder hier runter? Die Musik gefällt mir nicht so gut. Sieht das Wasser toll aus oder nicht? Okay, Rennen funktioniert nicht. Ne, ein bisschen heller macht das Feuerzeug schon. Nein! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Toll, zurück geht es nicht mehr. Ich werde noch gar nicht fertig begucken. Dann fassen wir den mal nicht an. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, tot. Okay. Der wurde mal voll durch Hanten zerquetscht. Tagebuch der Frau vom Reverend. Okay. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Sie verkündeten ein Wesen, das ihnen ihre Träume zu ihnen sprach. Das ihnen ihren Träumen zu ihnen sprach. Okay. Der gesamte Stamm scheint in so einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. Okay. Das ist Band 2. Toll. Ich will nochmal dahin zurück. Hm. Wie ich sowas hasse. Da denkt man, das wäre eigentlich einfach nur zum Untersuchen. Dann drückt man drauf, dann zwängt er sich auch noch da durch und kommt nicht mehr zurück. Diese Schilder müssen mehrere Jahre alt sein. Was haben wir denn da jetzt reingefunden? Äh, Darkwater. Okay. Verlorener Stamm. Ein Volk von Menschen, Anbeter des Meeres und dessen Wohltaten, landete an den Ufern einer Insel, umgeben von dunklen Gewässern. Sie wurden von der Kreatur entdeckt, die einige als Verschlinger der Wale bezeichnen. Viele Jahre jagte das Wesen die Stammesmitglieder in ihren Träumen, bis sich ihre geschwächten Gemüter ergaben. Sie folgten den Anweisungen der Kreatur und begaben sich in den dunklen Gewässern der Insel, auf das sie nie wieder gesehen wurden. Auszug aus dem Malheu-Bestärung von Abigail G. Okay. Ist das eine davon? This monstrous creature must be an Allegory. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Wer denn? Ich sehe da keinen. Ah, doch, da. So kamen die dazu, sich als nur von Walen zu ernähren. Nämlich genau wie dieses Ding. These buildings seem to have come out of the water. Okay. Dann scheint es ja da wohl gewesen zu sein, hier. Runterspringen. Dadurch kriege ich einen Charakterpunkt. Toll, jetzt sind wir in der Haupthöhle. Das wollte ich gar nicht. Shit, ich komme auch nicht zurück. Ach, Kelle. Kelle. Das heißt, eine Nebenmission konnte ich jetzt nicht machen. Oh, sowas ärgert mich immer. Vor allem, weil man dann auch nicht mehr zurückkommt. Scheißendreck. Wer weiß, was wir dadurch jetzt verpasst haben, ey. Hm. Das nervt mich ja jetzt schon so ein bisschen. Genauso wie mit der Brechstange. Das ist genau so ein Scheiß. Wer weiß, für was ich die hier unten hätte gebrauchen können. Was haben wir hier? Guck an, hier geht's runter. Und hier haben wir diese grüne Flüssigkeit. Die hatten wir ja schon mal gesehen. Da kann ich's untersuchen. Vielleicht schon mal Halluz... Ja, so Art Halluz irgendwie hervorzurufen unter den Inselbewohnern vielleicht. Können ja gut sein. Was da dahinter einfach nur so ein Kult hier stecken und keine Monster oder sowas. Guckt ihr eigentlich auch auf Kopfhörer? Kann ich euch nur empfehlen. Da lebt man viel mehr mit hier dabei. Was ist das? Bierze! Kommen Sie Ihre Höhle! Wir sind nicht alleine. Gut Gott. Was haben Sie das? Wir sehen uns. Ich werde weitergehen. Ich versuche, auf ihr Seite. Ja, da ist ein Passage. Ich will dich am Boden treffen. Vielleicht gehören die noch zu dem alten Volk auf der Insel. Kann ja sein. Okay. Was machen die da mit dem? Keine Ahnung. Opferaltäre vielleicht? Na toll. Das ist mein Gemälde. Also mit dem Gesicht von meinem Protagonisten. Na, das sieht ja vielversprechend aus hier. Bin ich denn hier befreiert oder sowas? Spiel gespeichert. Sehr schön. Wenigstens etwas. Nein, ich gucke jetzt nicht, ob das Tor aufgeht. Ich gucke mich jetzt erstmal weiter um. Was haben wir denn hier? Mhm. Ein merkwürdiges Wesen wurde in den Wagenknochen geschnitzt. Oh, gut, ist es ein Fortschritt? Hey, wir sind auf zwei. Ah ne, doch nicht. Wahrscheinlich müssen wir noch einmal was finden. Dann sind wir Profi. Was ist ein Graf für was? Hoffentlich keine Menschen. Tja, da bin ich. Das gucken wir uns gleich an. Wir schauen uns erstmal das hier an. Und hier soll wohl Blut runterlaufen. Tja, das Beste kommt zum Schluss. Nämlich dich selbst. Super. Direkt ins Massentraub. Ich kriege, ich kriege, ich kriege sie. Der Errungen schafft. Oh, okay. Ich kann, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Panik anfangen. Manche Situationen begegnen vor so einem Panik bei dir. Wie schnellst du möglich von dem Ort. Ach, hier ist sie mal. Okay, dann gehen wir halt mal raus hier. Ich hab gedacht, wir können vielleicht was untersuchen. Okay. Nein, ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Okay. Da stößt er uns doch alle glatte, aber hier in die Opfer, äh, ja doch, in die so Massen-Grab-Opfer-Kugel, was auch immer rein. Und was war? Das war unüberlegt. Mir wird das nicht passiert. So, so, wir können dazu Panikattacken kriegen. Ist es mein Turnier? Ja, es ist Zeit. Okay. Du, meine Güte. Das ist so, dass du dich vorst. Okay. Du, meine Güte. Okay. Du, meine Güte. Das ist wie in meinem Traum. Okay. Du, meine Güte. Das ist so, wie in meinem Traum. Oh, das ist auch neu. Oh, das ist auch neu. Im Kampf fiel mir in einen Abgrund. Der Sturz tötete den Dieb. Wo bin ich? Sieht aus wie ein religiöser Kult. Sie sind bewaffnet und strenggläubig und somit gefährlich. Ich sollte mich nicht erwischen lassen. Schön zu wissen. So, wir haben einen Charakterpunkt. Wir bleiben bei Entdeckung. Okay. Verstand. Da haben wir jetzt was Neues. Panik, oder? Albträume. Die versuchte Stadt kennen wir auch. Hier steht immer noch Stabil. Okay. Oder wieder Stabil. Okay. Spiegel speichert. Das finde ich gut. Sieht aus. 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 Ein Deutsch. Okay. Wen hat er damit gepiext? Sich selbst. Ritual Deutsch. Fortschritt Okkultismus. Okkultismus geht grad ziemlich hoch. Was haben wir hier drüben? Ein Buch. Noch mehr Okkultismus. Ich kann nicht latin lesen. Bibel mit Anmerkungen. Das gucken wir uns natürlich auch erst nochmal an. Ähm. Wissen. Ach, guck an. Moby Dick. Ja gut, eine Ausgabe von Moby Dick. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch. Eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. Kleine und polierte Steine, die mit keltischen Ruhm verziert wurden. Sie werden zumeist in Europa gefunden und wurden wahrscheinlich bei Vasa-Geritualen verwendet. Eine Reihe von Stuten, das kennen wir schon. Ah. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Die Vergötterten erwähnen, dass sie in ihren Träumen zu ihnen sprachen. Achso. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm der Gotter verschwunden zu sein. Ich fand diesen deutschen Tun unter den Hawkins erwähnen. Das hier. Bibel in Anmerkung. Eine alte Bibel. Zahlreiche Stellen wurden überschrieben oder mit Anmerkungen versehen. Eine merkwürdige Art, die Heilige Schriften zu studieren. Ha. Tatsächlich, das ist wie mein Traum vorher. Den wir hier gespielt hatten. Weil dann gehen wir wie im Traum erstmal hier entlang. Hier hinten gab es ja etwas für mich mit einzusammeln, aber diesmal wohl nicht. Das Ding macht dann doch mehr Licht. Oh mein Gott. Das nenne ich Grafik von 2018. Hahaha. Gibt es denn auch irgendwo ein Ölfläschchen oder sowas? Ne ne. Okay. Hier geht es wo sonst nirgends hin. Okay. Hier geht es wo sonst nirgends hin. Okay. Hier geht es wo sonst nirgends hin. 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 Was heißt Cthulhu? Passiert da auch noch was oder höre ich jetzt umsonst Bezug? Was passiert wenn ich hier runtergehe? Ich... ich fühle ihn. Du bist gebetet, nicht eine andere Worte. Lass ihn durch alle Teil von dir. All you who sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Tut sich wohl nicht so viel? Was haben wir hier denn so alles? Tod und Verderben. Überall. Überhaupt nicht auf mich aufmerksam machen? Okay. Was ist denn die tot oder schlafen die? Unendlich lang Werde ich hier sterben? Ich würde sagen, hier gibt es nichts. Guck mal, die haben auch diese Symbole. Es sieht aus wie eine Art von tiefem Koma. Was könnte dieses Ritual an ihnen tun? Wurde eine Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Mensch bezeichnen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce. Okay. Okay. Und hier fehlt noch ein dritter. Und den werden sie wohl gerade, ich sag jetzt mal, herstellen. Huh. Da hinten geht man eine Treppe hoch. Das ist blöd. Da war ich jetzt noch nicht. Oh Mann, es tut mir echt leid. Aber ich werde den ganzen Weg jetzt nochmal zurückgehen. Ich will wissen, ob ich... Was da oben die Treppe hoch ist. Oh, wir sind auf jeden Fall schon über der Aufnahmezeit. Ich mach jetzt mal einen Stopp. Okay. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil. Ja, jetzt ist es gerade leider ein bisschen... Slow. Und ich hoffe, es macht euch aber nichts aus. Denn ich will natürlich auch nicht entdeckt werden. Ich habe ja keine Waffe, nichts. Also ich glaube, wenn ich entdeckt werde, sterbe ich. Wäre vielleicht interessant zu sehen, wie. Aber das wollen wir natürlich jetzt auch nicht herausfordern. Wir sehen jetzt im nächsten... Ich will jetzt nochmal zu dieser einen riesigen Treppe im Hintergrund gehen, um zu gucken, ob da oben noch etwas zum Erkundschaften ist. Dass man irgendwie so viel wie möglich freischaltet. Ich weiß es ja auch nicht. Und wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir natürlich wieder zurück. Weil ich nehme an, dass ich eben gerade schon auf dem richtigen Weg war, um durchzukommen. Aber das machen wir dann später. Okay. Ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, bei Call of Cthulhu. Mit mir von New York Gameplay als Hobby. Und vergesst natürlich keinen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und mit meinen anderen Let's Plays. Tschüss.